Seiner Junge hat Metzenmacher schon immer die Musik geliebt und das große Konzerthaus seiner Heimatstadt bewundert. Dann hat er eine Lehre als Techniker gemacht, weil weder seinen Eltern noch seinem Umfeld seine Begabungen aufgefallen waren. Immer schon hat Ralf Metzenmacher auch in jungen Jahren jede Möglichkeit ergriffen, den Musikern beim Üben fasziniert zuzuhören. Dann beschloss er, selbst einer dieser Musiker zu werden und hat angefangen, Geige zu üben. Seine Übungen wurden belohnt und er konnte die Aufnahmeprüfung für das Geigenstudium bestehen. Das Musizieren hat ihm so viel Spaß und Freude bereitet, dass er sein Geigenstudium mit Auszeichnung beenden konnte. Anschließend hat er seinen Platz als Musiker in einem philharmonischen Orchester gesucht. Er hat beim größten deutschen Orchester vorgespielt, aber die Arroganz des damaligen Musikdirektors ließ ein wirkliches Zuhören und Erkennen der Zwischentöne nicht zu. Deshalb landete Metzenmacher beim damals schlechtesten Orchester Deutschlands. Dort hat er dann sehr erfolgreich mitgespielt, erste Kompositionen erschaffen und viele bekannte ältere Stücke aufgeführt. Nicht ganz ohne Erfolg, denn bald schon hat er den Aufstieg zur ersten Geige geschafft. Das damals schlechteste Orchester Deutschlands begann zum ersten Mal seit über 15 Jahren wieder richtig zu schwingen und positive Kritiken einzuheimsen. Das ging eine ganze Weile so, bis auch die Orchesterleitung nicht mehr an seinem Talent vorbeikommen konnte. Die Magie seiner Musik zog immer neue Hörer in seinen Bann und so wurde Ralf Metzenmacher schließlich zum Chefdirigenten berufen. Diese Aufgabe entsprach genau seinem Talent und seiner Begeisterung. Mit viel Engagement, ja bis zur völligen Selbstaufgabe dirigierte er sein Orchester. Seine natürliche musikalische Begabung und sein gutes Gehör verhalfen ihm zu ungeahnten Aufführungen und schließlich auch zu Neukompositionen, die in jeder Gasse von den jungen Menschen geflötet wurden. Selbst der Branchenprimus blickte nun neidvoll auf die andere Flussseite. Es wurden wunderbare Konzerte aufgeführt, viele Hit-Singles veröffentlicht und die Welt rieb sich verwundert die Augen. Wie haben die das nur geschafft? Der Weg Ralf Metzenmachers war aber noch lange nicht zu Ende, denn er entwickelte eine neue Form der Komposition, passend für sein Orchester. Diese Neuerungen gaben dem Orchester einen nie dagewesenen Sound und eine Unverwechselbarkeit. Alte Hits wurden neu ausgegraben und zusätzliche neue Kompositionen aufgeführt. Das ganze philharmonische Orchester hatte nun wirklich diesen Namen verdient. Es spielte unermüdlich großartige Kompositionen. Weltweit waren die Konzerte ausverkauft und alle Titelblätter dieser Welt berichteten darüber. Dieser nie geglaubte Erfolg veranlasste die Besitzer des Orchesters, Metzenmacher eine neue Aufgabe zukommen zu lassen, die des Orchesterleiters. Als Leiter verantwortete Metzenmacher alle Orchesterzweigstellen, die Personalführung der beteiligten internationalen Musiker, die dafür nötigen Budgets und das Organisieren von großen Tourneen. Das Orchesterlabor für die Neukompositionen war Metzenmachers Bereich. Zu seinen Aufgaben gehörten weiterhin die Gestaltung der Bühnen und das entsprechende Albumkonzept. Der Erfolg des so kleinen Orchesters, das anfänglich nur aus 98 Leuten bestand, war überwältigend. Und so wurden weltweit Millionen von Platten verkauft, tausende ausverkaufte Konzerte gespielt und bis zu seinem Weggang 10.000 neue Musiker und Helfer eingestellt. Nach und nach wurde so aus dem Komponisten, Dirigenten und Orchesterleiter mit der Zeit ein Verwalter. Das wollte er aber auf keinen Fall sein. Das war ihm zu langweilig. Verwalter war nicht seine Berufung. Innovation im Kreativen, das war und ist seine Berufung. Deshalb beschloss er, die Methode der Erfindung von neuen Sounds und Kompositionen auf ein anderes Gebiet, nämlich die Innovation von Malerei zu übertragen. Warum, werden Sie sich fragen? Weil er wusste, dass er an dieser Stelle etwas einbringen konnte, was vor ihm nur selten gelungen war. Er vermischte zwei unterschiedliche Disziplinen zu etwas Eigenem. Metzenmacher benannte es auch so. Der Name für seine Erfindung beinhaltet die Gedanken und die Qualität des Alten, übersetzt es ins Heute und bringt es so jungen Menschen im Neuen in ihrer Sprache wieder nah. Alles, was bisher in der neuen Disziplin fehlt, ist ein öffentliches Konzert, das die neue Erfindung in einem geeigneten, von der Musikwelt akzeptierten Konzertsaal zeigt. Dort erst könnte der neue Sound hörbar werden. Das einmalige Konzept sichtbar werden, ein Dialog stattfinden, zur Harmonie der Unterschiede, ein Beitrag zum Wohl der Allgemeinheit und das neue könnte so seinen Platz einnehmen. Metzenmacher sieht sich als Erfinder, Komponist und Dirigent in einer Person, nunmehr auch in der Malerei. Und es wäre doch schade, wenn dieser Weg des Ralf Metzenmacher hier enden müsste. Komponist und Dirigent in einer Person.